ich könnte ihn zusammenschlagen oder ich könnte einfach dafür sorgen dass er trotz bucht verlässt ich werde dir nichts tun aber du musst trotz bucht verlassen bricke hat es offensichtlich auf die ich abgesehen das muss du mir nicht zweimal sagen er rennt zur tür ich verspreche dir mich nie sie werden mich nicht finden und segne dich das hat eine erfahrung für du uns gegeben sie braucht wohl noch eine weile ja sie braucht doch ein bisschen sie hängt hinterher weil sie das letzte gruppenmitglied ist athletik und überleben für dorenz wo der hat hier aber viele sachen jetzt ermächtigt das verbot die verurteilung eines feines durch die priester werden treffen da wodurch die genauigkeit zu der verbotsfähigkeit gesteigert wird schmerzliches verbot dieser könnte zahl ihrer von ihres von durch verbot kanalisieren und schwächen geschwächt für neun sekunden gegen tapferkeit strahlender ganz weil der allein durch den heiligen glanz des frisers verbrennungsschäden gefließt er hier einen erhöhten verbrennungsschaden das klingt gut inspirierte flamme die teuren anhänger von bagran erhalten ein genauigkeitsbonus wenn sie ein schwert oder eine akkibuse benutzen und können eine besondere version von explosion der sommerflamme wirken gibt inspirierte flamme die mehren der glanz verbündeten würden durch den heiligen glanz des priesters weniger geheilt der priester erhält jedoch einen bonus auf alle attribute und seine bewegungen nähe inspirierender glanz verbündeten durch den heiligen glanz des priesters ein genauigkeitsbonus das für cool aber ich nehme glaube ich strahlender glanz und das klingt am besten bonus verbraucht er dich so unbedingt weil es so oft heilig mit ihm eigentlich gar nicht wie das nötig sein würde so das heißt sein heiliger glanz erzeugt jetzt auch brandfähigkeiten es gibt auch ziemlich viele leute die leiden unterdrücken haben du nicht du kannst leiden unterdrücken du nicht und du kannst leiden unterdrücken ja ich weiß warum ihr das könnt ich bin doof ja wegen der befreiung und noch ein ring der befreiung das heißt jetzt geht es erst mal zurück zu zurück zu der dominell dass wir sagen dass wir ihn aus der stadt gejagt haben wir sehen jetzt eigentlich unsere stats aus wohltätig schlau rational diplomatisch das ist auch so eine sache am expertenbrot es passiert nicht welche gesprächsoptionen was steigern das könnte man sich nämlich auch an die einzeigen lassen dass wir erst meiner meinung nach viel zu einfach dann so wir kümmern uns jetzt um das problem mit dem teuren salzigen mast da muss ich überlegen wie wir weitermachen wollen wir wieder die katakomben zurück um uns den nekromanten vom hals zu schaffen oder schauen wir uns im urfeuer um das ist die gute frage so wir wollen hier nach oben so hier rüber ich habe mich im kolfig gekümmert das freut mich außerordentlich sie legt einen schaden roten fingern dafür erzähl mir alles du darfst doch kein kleines gitarre auslassen sie klapperte die am finger legen er ist tot ein leichtes lächeln spielt sich in den lippen du darfst wir erst zufrieden kundin betrachten sie steigt dir unauffähig einen beutel unter dem gürtel und du darfst jederzeit gerne meine besonderen waren begutachten nur da ich dir geholfen habe wie wäre es wenn du bittergurken für mehr etwas erschwinglicher machst also gut es soll niemand sagen dass ich nicht gleiches mit gleichem vergelte und dann zeigt mir mal was du zu verkaufen hast außergewöhnliche waffen traumtänzer seiten schritt gewandtheit plus zwei katzen geflüster heimlichkeit mörderwerk todesstoß trank der austau also drogen goldrot prien außergewöhnliche regeln der rüstung und kam das und finryas arm und anmut gewandtheit plus drei der klingt gar nicht mal so schlecht außergewöhnlicher gebuse außergewöhnliche pistole deutsch stilett außergewöhnliche pistole nehmen wir brauchen wir nichts von dir danke roll abgeschlossen und wahrscheinlich nichts neues oder in der runde da ist noch nicht mal eine neue runde passiert ich war schon mal froh wenn die hauptburg fertig wäre mehr sicherheit und mehr steuern und da werden wir mal die förster hütte bauen denke ich mal für die kopfgeld aufträge so kann ich mir ein bisschen erfahrung und geld verdienen nebenbei bevor wir mit den hauptquests und so weiter machen natürlich machen wir auch mit der hauptquests weiter dafür müssten wir ins urfeuer in den wo die tempel aber das ist auch so eine sache für später erst jetzt müssen wir erst einmal ziemlich viel laufen um diese quest abzuschließen und ein level up für sie kriegt sie mal athletik und wissen und sie sieht eigentlich ziemlich cool aus mit ihrem fetterschmuck ich glaube sie ist so eine wind berührte intensive flammen wird die wirkung hingabe giftschlag scharfschütze gefährliches werkzeug nein zwei hands die könnte ich hier geben mehr schaden blutiges gemetze anfälliger angriff nahkampf plus fünf nahkampf sr nee aber zwei hands die könnte hier geben defensiv stellung halten reflexe taffigkeit mentale festung körperkontrolle unaufhaltsam vorsichtiger angriff war von steht ehrenwerter rückzug überlegene abwehr und unterstützung ne unterstützung nicht wirklich was ich würde mal sagen ich gebe jetzt zwei hand stil das 15 prozent mehr schaden so zwei mal pro beginnung flamme der hingabe und zwei mal hand auflegen das ist übelst cool ich glaube ich nehme als nächstes doch den leuchtturm vor bevor damit ich dann auch unteres geschenk hätte ich abschließen kann also ja die stadt ist schon ziemlich cool haben auf jeden fall viel zu tun hier und ich könnte mal speed erhöhen so das sieht irgendwie lächerlich aus wie schnell die darin und so könnte ich den speed verlangsamen alles in zeitlupe nehmen wir ganz normal weiter das will ich mal noch mal kurz gucken sie ist avianischer gott ähnlich aus dem vallianischen republiken ein soldat jetzt haben wir level 6 damit hätten wir glaube ich die hälfte der stufen die wir haben können hinter uns jedenfalls wenn es nach handbuch geht da steht nämlich entstehen nämlich in den tabellen nur bis stufe 12 drin so hallo was gibt es dieses mal für neuigkeiten die dominis haben sich einverstanden erklärt nur für dich die bittergurken preise zu reduzieren mal lächeln lächeln zeigt ihre großen messerscharfen zähne diese neigkeiten müssen durch kein müssen gefeiert werden und ich werde auch dafür sorgen dass der rest des stadt für sich das feiern auch leisten kann nehmen wir ein paar kopf verband und vergnüge dich ihr lächeln wird breiter und wenn du beschließen solltest dich hier zu vergnügen dann bekommst du einmal meinen sonderarbeit wenn du dich nur erholen willst dann kannst du das zimmer umsonst haben ich hätte gerne einfach nur ein zimmer ja gemeinschaftsraum und glänzende perle ist jetzt auch umsonst aber erst mal nicht kann ich mit dir noch was bereden lass mich einfach in ruhe ok das heißt wir gehen jetzt zu den dutzenden zurück und berichten denen auch mal dass sie die auch hier in frieden lassen und vielleicht kriegen wir von denen auch noch was schönes nach ich liebe das spiel ganz ehrlich alles an dem spiel ist so perfekt abgesehen von der lokalisierung und dem einen kleinen bug der durch version 1.5 aufgetreten ist aber nobody ist perfekt ansonsten liebe ich das spiel einfach glaube ich richtig ja ich will zudem verfallenen haus hier geben wir mal etwas mehr speed das ist auch das erste spiel wo mir alle npcs dass alle gruppenmitglieder richtig sympathisch sind das hat nicht mal dragon age geschafft muss ich zugeben auch die sind weg gut das heißt ich gehe jetzt zum salzigen napf zurück salzigen mast speicher dort und dann gibt es erst mal wieder ein cut ok ach ja und das stört mich ein kleines bisschen dass der zoom immer so weit reingeht kann ich das nicht irgendwo einstellen scroll geschwähigkeit eher hier lud radios voice frequency okay tooltipp verzögerung auto angriff ausschalten grafik sicher oder schriftgröße grafik qualität führungen große köpfe das ist einfach nur sinnlos gimmick wenn dann dachte ich dass es vielleicht hier irgendwo ist sprache deutsch nein steuerung nein grafik auswahlkreise gamma schriftgröße gruppenmausdauer als zahl mauszeige einschränken nein sicherlich ist es auch cool mit dem entwickler kommentar zu spielen da geht es nicht zur salzigen mast er ist hier drüben nämlich so gehen wir noch mal gas so alle hier aufstellung dann speichern wir mal wieder lp 05 so speichern und dann sehen wir uns gleich wieder